Herzlich Willkommen zurück! Hi! Ja, ähm, wo sind wir denn jetzt? Das haben wir abgeschlossen. Und, äh, das haben wir abgeschlossen. Hogwarts-Gelände. Warum auch mal die gesperrt sind. Noch ein trimagisches Schild zum Betreten des nächsten Gebietes benötigt. Ja, nämlich dem hier. Da kommen wir noch nicht rein. Also, ab ins Hogwarts-Gelände, würde ich sagen. Auf ihn! Yippie-ki-yay, Motherfucker! Ja. Oh, meine Haare. Du musst Feuerflug drücken. Eigentlich nicht. Weil eigentlich bin ich eins. Du musst Fluch drücken. Das ist nicht Fluch. Ach, das ist Fluch. Hä, warum bin ich denn jetzt egal? Ich glaube, weil ich draufgedrückt habe. Ach, wie kannst du auch da draufdrücken? Mit dem Finger. Okay, wir haben doch irgendwelche Karten bekommen. Aber ich glaube, die müssen wir dann erst irgendwie einsammeln. Harry hat keine Sammelkarten. Ja. Hermine hat keine Sammelkarten. Und Ron popelt mit seinem Zauberstab? Äh, äh, äh. Ja, weiter. Du musst auf das Häkchen gehen. Ach so. Wenn Ron jetzt Sammelkarten... Hätte. Ja, gehen wir weiter. Wieder zurück, was? Nein. Euch fehlen noch einige Schilde. Nein. Wo lang? Es geht da unten lang und es geht hier lang. Gehen wir erstmal hier lang. Aktio! Lass du auch was singen? Wingardium Leviosa! Entschuldige, Hermine. Ja, sorry. Gut mir leid, keine Absehung. Da geht's auch runter. Ja. Ist das verwirrend. Ah ja. Die Kamera ist grad scheiße. Schon. Ich bin mir nicht sicher, ob uns die nächste Kreatur interessieren würde. Interessieren? Das kann unmöglich was Gutes sein. Hallo Harry, mach mal was. Also hier geht's grad nicht weiter. Naja, doch, da stand... Ah, jetzt. Das hab ich eben auch versucht, das ging nicht. Bei mir auch nicht. Hm, seltsam. Ron! Der kommt schon nach. Huch, da grad noch ein Kiecher. Der auch. Unwahrscheinlich, Ron. Au! Unwahrscheinlich. Findet es denn sonst keiner gruselig hier? Nein. Nö. Ist doch sehr gemütlich hier. Ich hab's wie in meiner Wohnung. Da ist ein Schild. Ja, den holen wir uns jetzt auch. Ron! Ziehen, ziehen! Wir brauchen noch nicht. Wow, Ron, hey. Wer ist er denn? Wie süß. Er hat ein Blas. Oh Gott. Nimm dich vor den Pfeilen in Acht. Ich versuch's ja. Verwendet einen Fluch. Cool, wir haben ein Truthahn rausgemacht. Und jetzt ist der Truthahn tot. Ich hab halt Hunger. Vigarium Leviosa. Ich hab' noch mehr von diesen Dingern. Ron, nein, egal. Shit! Haube Retraktum! Ach, scheiße. Was war... Hä? Ich glaube, ich wurde angeblasen. Nein, Hermine. Falsch! Ich sag' doch, man kann nicht anwählen, was man jetzt anwählen will. Hab' ich jetzt toll gesagt. Ja, aber jeder hat, glaub' ich, verstanden, was du meinst. Ja. Ich hoffe es. Wenn nicht, schreib's in die Comments, dann ignorieren wir das. Ja. Ich werd's nicht erklären. Entweder man versteht mich oder nicht. Man lässt es quasi. Ron, was tust du da? Er spielt mit einem, ja. Ey, wir können wieder SS anwenden. Kommt mal hier rauf. Ja, aber ich glaube, es gibt nur Superpower. Lass mal S machen. SS SS. Yeah, wir sind voll toll. Mit der Kraft der Freundschaft. Yeah. Go, go, Fussi Rangers. Damn. Auf was schießt du da, wenn ich fragen darf? Ich habe keine Ahnung, aber es wackelt so schön. Wie ging das denn nochmal? Mit Zauber? Ja, ja. Ah, Moment. Hey, hör auf damit. Hör auf damit. Frollo. Frollo? Jetzt hat er es. Ich habe erst noch ein Hühnchen zu rupfen. Oh mein Gott. Und ich bin gleich tot. Oh, stimmt. Wie kriegt man denn eigentlich Energie? Ich habe auch nicht mehr mega viel. Aha. Hat zumindest Moody vorhin gesagt. Moody. Moody. Sorry, Moody. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, wo bin ich? Also ich bin jetzt tot. Anti-Obskuranten, ich verstehe. Und tschüss. Rona ist los. So. Hebel. Hebel. Nein. Hebel. Irgendwie nicht. Hebel. Da unten ist ein Schild. Da unten ist ein Schild. Du blöd, Mann! Flug auf alle Drachenstatuen wirken. Wo sind hier Drachenstatuen? Ich glaub da unten waren welche. Lass uns mal da unten gucken. Da geht's nicht weiter. Wir haben das Ding auch noch gar nicht runter gemacht. Welches Ding? Das linke Ding. Müssen wir das? Keine Ahnung. Ich meine nicht, dass wir es von dieser Seite aus könnten. Aber müssen wir das? Auf jeden Fall müssen wir Drachenstatuen finden. Kann man hier eigentlich runterfallen? Ich glaub nicht. Ich hab's in Session längst runtergefallen. Hermine! Hallo! Ich drücke, ich drücke, ich drücke, aber sie tut nichts. Das hast du toll gemacht. Das ist ein Stein. Weiß ich auch. Aber hier sind keine Drachenstatuen. Ich mach jetzt mal was Todesmutiges, ich renne da links in den Abgrund. Na toll. Weil ich glaub da ist eine Schräge. Und ich hatte recht. Diese Erklinge haben irgendwas an sich. Meine Haut kribbelt immer noch. Vor Erregung? Äh, ha-ham. Ja, sorry. Y. Das wäre ja auch viel zu einfach, einfach dran vorbeizulaufen, weil die liegen ja einfach im Weg. Aber... Ich wäre sowas von dran vorbeigelaufen. Hallo Schild! Oh ja, klar. Ja. Hey Pinocchio, wie geht's? Okay, du schießt und äh, ich schieße und Ron schießt hoffentlich auch. Hühnchen. Du hast doch die Hühnchen am Leben. Nein, das gibt Bohnen, wenn du die platzen lässt. Mach mal Ess. Ok. Auf geht's. Kannst du mal aufhören zu singen, ist ja fürchterlich. Ja, das wäre geil. Ron, was machst du da? Nein, vielmehr, warum machst du das? Ja, wollt ihr mir helfen, mal Feuer lassen? Das Kleine habe ich auch nicht alleine hingekriegt. Hallo Hermine, falsches Feuer. Aber ganz falsches Feuer. Nein, ich ignoriere das Feuer, das direkt vor mir ist. Oh, Hermine. Danke. Ron. Ron, Ron, Ron Weasley. Ja. Ja. Snape. Severus Snape. 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 Severus Snape. 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 Ja. Ja. Tolle Zauber haben wir schon wieder nicht. Äh. 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 Zwölf Zauber. Hä, 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 hä. Äh. 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 Okay. Wir sind so schlecht. Wir haben fünf neue Karten. Ja. Und, äh, weißt du, wo wir die garantiert, äh, eindösen können? Nein. Wenn wir jetzt auf C drücken. So. Karten. Da sind Karten. Kaufen wir doch Karten. Ich muss mal eben Nase putzen. Also das ist jetzt gleich kein Elefant, sondern das bin ich. Hallo. Sei mal leise. Willst du einen Fluch? Doch, immer. Siehst du? Okay. Äh. Geh weg. Ja, den hab ich doch gekauft. Nein, hast du nicht. Doch hab ich wohl. Ach so. Ja. Ja. Da stört jemand. Ach, der schon wieder. Metalhead is here. Metalhead in the house. Metalhead macht gleich Pommes. Pommes. Pommes ist gut. Mach aber mehr als gestern. Gestern hab ich die Pommes gar nicht gemacht. Mach trotzdem mehr als gestern. Ich kaufe einfach mal Fleisch. Ja, ich kaufe Fleisch und Flücher. Aber ich kaufe für dich auch welche. Du brauchst schließlich auch welche. Neuron braucht keine. Das haben wir abgeschlossen. Und äh. Oh, meine Haare. Ah ja. Entschuldige Hermine. Lässt du auch was singen? Go, go for the sea rangers. Kannst du mal aufhören zu singen? Ist ja fürchterlich. Digi, 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 digi.